Sparpüchse Sparpüchse Häuser zum Leben Da wär 20 Cent und auch manchmal 50 Cent drin und so Vielleicht hier und da einen Euro Und auch manchmal 50 Cent die Ja, kann man sich schon, wenn es voll ist, was leisten. Für ein Abendessen in einem Restaurant oder was geht es sich schon aus. Es wird schwer für den Kennen dann zum Zählen, aber wird schon. Für ein Haus ist es etwas schwierig. Das dauert vielleicht. Aber vielleicht, wenn man zum Engländer geht oder in Steirer Egg oder sowas. Ich habe ein paar 20 Cent Münzen mit, für 60 Euro oder sowas. Da kann man sich schon etwas leisten. Ich habe es immer wieder gelungen. Ich habe es immer wieder gelungen.